Burnhard Fret Basic Gas Grill Der Fret Gas Grill hat eine Gesamtleistung von 10,5 Kilowatt. Die Leistung verteilt sich auf drei stufenlose einstellbare Edelstahlbrenner mit jeweils 3,5 Kilowatt. Der Gas Grill ist mit einem porzellanbeschüchterten Grillross aus Gusseisen mit einer Fläche von 62,5 x 41,5 Zentimetern ausgestattet. Der Grill an sich besteht aus mattem, doppelwandigem Edelstahl, die ihn widerstandsfähiger machen und ein edles Aussehen verpassen. Auch dieser Gas Grill ist mit vier Rollen aus Vollgummi ausgestattet und hat eine Feststellbremse. Das soll die Mobilität des Gas Grills deutlich erhöhen. Der Gas Grill hat eine Fettschublade, die auch in der Spülmaschine gereinigt werden darf. Er wiegt knapp 34 Kilo und misst 129 x 114 x 55 Zentimeter. Beim Anlass unterstützt den Grill eine Pizzozündung. Zum Zubehör des Gerätes gehören unter anderem ein Schlauch und ein Druckminderer bis 50 Millibar, ein Korb für Soßen und Getränke, vier Haken für die Aufbewahrung von Grillbesteck, eine Räucherbox und eine Abdeckhaube. Er hat zwei Seitenflächen mit einer Größe von jeweils 43 x 33 Zentimeter und einen Unterschrank mit Doppelwandiger Tür, der genug Platz für Gasflaschen bis 11 Kilogramm bietet.